Die erste Probefolge heute mit dem ganz kleinen Reifen eigentlich wollte ich hier drinnen machen Aber man sieht, da kann schon ein bisschen was an Aber das kann nicht langsam fahren Ja, da kann man eigentlich proportional fahren Oh! Was ist da kurz rausgefahren? Soll ich schnell halten? Halt es schnell, ich fuhre mir mal schnell hin Alles klar, dafür ist also die Schraube die ich weggelassen habe Dass die Scheiße nicht ständig aufspringt Okay, weiter gehts Nur wenn ich bremse, mach ich so lauter auch Naja, das ist beim Lenken Naja, das ist beim Bremsen Naja, du musst mit der Räder zuerst an die Kante Das Fahren ist halt extrem schwierig, da man langsam Gas geben kann Ja, so habe ich es auch gemacht Nur so stoppen Das sind gefeilt Das ist schon ein extrem hartes Gelände für so einen 30 Euro Crawler, der für Kinder gedacht wird Ja, deswegen Naja, gut Naja, gut Ja, noch ein bisschen Ja, ja Ciao 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 Ciao